so hohe leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja wir gehen jetzt oder auf einem neuen vlog keine ahnung heute ist samstag ich bin jetzt gerade von arbeit gekommen leute und ja draußen hat es auf jeden fall ordentlich geschneit jetzt muss ich erstmal schnee schippen leute ja dann würde ich sagen gehen wir erstmal raus und dann keine ahnung was heute noch so läuft eigentlich gar nichts aber mal schauen wie der tag noch wird sind wir gespannt und ja dann gehen wir erstmal schnee schippen würde ich sagen im bored with your games i suggest you get a clue yes like they never knew i can spit it so precise bet that i'm all up in the head like lice i'll never take it back i ain't taking your advice and they know what i mean motherfucker cause i'm nice enough yeah well i got what you need and it might sound conceited but i would not concede i ain't fucking with rucks and i'm way out of your league i ain't messing with your scrubs yeah that's worth it dr read enough so close motherfucker i can taste it y'all don't see the vision you should get so leute also jetzt bin ich wieder drin bin fertig mit schnee schippen sollte reichen auf jeden fall ja ich hab jetzt ich hab das ganze wochenende stumm frei und jetzt muss ich mir hier meine nudeln von gestern wo ich gemacht hab warm machen noch weil es war ein bisschen zu peter diesmal wo ich gemacht hab und ja genau leute jetzt mach ich die mal warm könnt ihr dabei zuschauen ich koch profi genau und ja dann machen wir machen wir es kleiner würde ich sagen so machen wir maximale stufe leute ich muss die auf jeden fall noch ein bisschen würzen oder so da habe ich irgendwas vergessen ich weiß nicht genau was ähm ja hier seht mich zwar gerade ganz nicht mehr scheißegal aber ich glaube halt ich glaube da muss noch ein bisschen Böe rein also Mama weißt du das siehst was wahrscheinlich irgendwann passieren wird irgendwas weniger ich weiß nicht was ähm dann wirst ihr wahrscheinlich denken was mache ich hier für scheiße aber ja ja es hat mein eigenes Rezept hier ja ich weiß nicht wie du die immer machst das ja ja hatte ich keinen Bock dass du mir das erklärt dann mache ich das selber ja leute ich würd's dir jetzt noch ein bisschen schauen ob ich es irgendwie noch hinbekommen dass sie richtig geil schmecken so schmeckt es jetzt zwar auch aber nicht so richtig versteht ihr was ich meine oder genau leute und dann würde ich sagen sehen wir uns auch alter Mann hier knallt es ja wie hier am Silvestre hier haben sie das Gefühl müssen wir ein bisschen unterschalten genau leute wahrscheinlich sind sie dann schwarz aber scheißegal machen wir wir sehen uns dann beim essen wieder und genau leute bis dann so leute ich habe jetzt auf jeden fall bock mal wieder mein motorrad anzumachen ey das habe ich schon keine ahnung wie lang habe ich es schon nicht mehr angehabt leute und ja jetzt gehen wir mal raus ja liegt zwar schnee aber juckt ja kein dann mache ich es mal wieder an und ja ganz gechillt und dann keine ahnung was ich heute noch mache genau leute wir sehen uns dann draußen wieder wir sehen uns dann im nächsten Video wir sehen uns dann wir sehen uns dann und wir sehen uns dann hier wie wie wir wie wir bei wir Nein So Leute, also, ähm, alter ohne Witz. Jetzt ist es draußen schon dunkel und, ja, ähm, jetzt haben wir schon, keine Ahnung, halb sieben oder so Leute und, ja, wir sind lange nicht jetzt gelernt auch und einfach nur am Arsch jetzt, jetzt schaue ich auf jeden Fall, dass ich mir noch was zu essen mache und da schaue ich auf jeden Fall jetzt mal rüber, Leute, ähm, was das so, ja, was ich so machen kann. Ich könnte mir Spätzle Pfannkuchen, Maultaschen, Spaghetti Spizza wollte ich sagen, Pizza, Toast, Toast It und Schinken Nudeln, Schinken Nudeln heißer gemacht. Ja, also, bleibt nur noch, keine Ahnung, was, die andere, das andere Zeug, was machen wir jetzt? Das ist die Frage, Leute. Hm. So Leute, dann hauen wir mal ab in den Keller, würde ich sagen. Okay. So Leute, jetzt machen wir hier mal ein bisschen, ähm, Product Placement, würde ich sagen. Ähm, hier haben wir einmal, Leute, gönnt euch auf jeden Fall, ich stelle auf ein bisschen Salami und Mozzarella, beides richtig geil. Da packe ich euch mal ein paar Links in die Beschreibung. Nein, Spaß, wer seid, Leute, so eine scheiße Frage, warum steht es hier gar nicht an? Ähm, ich weiß nur nicht, welche ich essen soll. Auf welche ich gerade mehr Bock habe. Das ist die Frage. So Leute, ich habe jetzt hier mein Backpapier, ohne Scheiß, äh, genau, das sollten wir ja eigentlich machen. Ich weiß es immer noch nicht, welche ich nehme, also, Leute. Probiert es mal aus und zeigt es mir dann, welche ihr besser findet. Ähm, ach komm, Dani, Dani, welche? Nee, Alter. Bis ich mich entschieden habe, Leute, ist die eine schon, also sind sie schon aufgetaucht. Wisst ihr was, Leute, ich nehme ganz easy einfach, wie hier. So, die tun wir ins Gefühl, cool. Leute, Nest Quick, äh, noch Product Placement nochmal hier am Start. Kaufzeug, auf jeden Fall, ähm, Kava, in der Früh, auch Backspiel, Leute. So. Hoppala, hoppala. Ja, Leute, ich ist jetzt meine Pizza mal fertig und dann, ja, nicht, dass ihr hier noch kalt wird, schauen wir das Video noch fertig an und dann, keine Ahnung, was dann passiert. Sehen wir dann, Leute, bis nachher. Ohne Witz, Leute, wie dumme Leute gehen eigentlich zu DSDS, Mann. Wie kann man nur? Man merkt doch, wenn man nicht singen kann, Alter. Ohne Scheiß. Das wäre, wie wenn ich jetzt zu DSDS gehen würde, Mann. Also, ich verstehe es nicht. Jedes Jahr kommen da wieder so Behinderte, ohne Scheiß. Aber das ist ganz witzig. Leute, noch so eine Behinderte, ohne Scheiß. Schaut es euch jetzt an. Also, Leute, ohne Scheiß, wieder nur Gestörte heute bei DSDS. Ähm, ja. Das kommt auf jeden Fall ins Video. Fast. Bestimmt 15%. So, Leute, also, das war's jetzt heute von dem Video. Das ist jetzt, wie viel Uhr ist denn jetzt? Kurz vor 1 in der Nacht, Leute. Und jetzt bin ich auf jeden Fall am Sack, ey. Ohne Scheiß. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute mal, keine Ahnung, halt ein bisschen aufgenommen, Leute. Mal wieder so ein Tag mit mir. Heute nicht so viel passiert, aber ich hoffe, ich hoffe, das macht euch nichts. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Der haut es rein und ciao. So,